Herzlich Willkommen. Das Interview des Monats. Heute mit Vedat Ibisevic, die Premiere. Einer muss anfangen. Hallo Vedat. Du musst einmal stark sein. Ich fange mit einem unangenehmen Thema an. Hinten raus wird es definitiv auf jeden Fall schöner. Stichwort EM-Qualifikation. Es hat nicht gereicht für Bosnien-Herzegowina gegen Irland. Wie tief sitzt der Frust? Ja, wir sind auf jeden Fall alle enttäuscht. Ich natürlich auch, dass wir es ja nicht geschafft haben, weil das war unser großes Ziel. Aber Leben geht weiter und man muss auch realistisch sein und sagen, dass wir das einfach nicht verdient haben, wenn man die zwei Spiele zusammen sieht. Von daher ist es ein bisschen einfacher, das Ganze zu verarbeiten. Ich wollte nämlich wissen, was bist du für ein Typ? Kannst du hinter sowas schnell einen Haken machen oder denkst du natürlich darüber nach, Mensch, EM-Qualifikation verpasst und hast schon ein bisschen mehr daran zu knabbern? Nein, ich bin schon einer, der das schnell abhaken kann. Natürlich wird man darüber öfters mal nachdenken und darüber auch mit den Menschen diskutieren. Aber grundsätzlich im Profifußball oder in unserem Leben geht das schnell weiter und man muss sich einfach auf neue Dinge konzentrieren. Das hilft natürlich auch, dass man die Sachen einfach wegsteckt und nach vorne schaut. Jetzt reden wir über Hertha BSC, also über angenehmere Dinge. Wir sprechen auch nachher nochmal ein bisschen über deine Heimat. Hertha, da bist du natürlich zum Zugucken zurzeit verdonnert. Wie hart ist das? Ja, es ist hart. Überhaupt keine Frage. Man ist am liebsten auf dem Platz und hilft den Jungs, versucht die Spiele zu gewinnen. Aber momentan läuft das auch ohne mich gut. Wir gewinnen Spiele und holen die Punkte und das ist sehr wichtig für die ganze Mannschaft und von daher ist das ein bisschen einfacher für mich. Lernt man aus so einer Geschichte in Gelsenkirchen mit dem Foul an Johannes Geist? Lernt man da als auch erfahrener Spieler nochmal draus und sagt, im Nachhinein da muss ich anders rangehen? So eine Situation würde ich beim nächsten Mal anders lösen? Ja, auf jeden Fall. Man lernt immer und da kann ich auch natürlich lernen. Das würde ich sicherlich jetzt anders lösen, anders machen. Aber die Strafe war natürlich ein bisschen hart für mich. Daraus habe ich jetzt gelernt und hoffentlich passiert sowas nie wieder. Nur trainieren, nicht spielen. Macht das Spaß? Ja, ich meine, ich liebe Fußball. Ich spiele jeden Tag im Training. Das macht mir schon Spaß. Zum Glück hatte ich auch Länderspiele und Pokalspiele durfte ich auch mitspielen. Von daher hat das Ganze ein bisschen kürzer gemacht. Aber sonst, wie ich vorhin gesagt habe, ist man am liebsten auf dem Platz jede Woche und genieße das Ganze. Wie ist das, wenn man nur eben, wie du jetzt nur trainieren kann? Haut man sich da voll rein oder spielt man doch so? Na, ich sage mal, man trainiert nur mit 90 Prozent. Ja, eigentlich ist das unterschiedlich. Jeder macht das anders. Aber ich versuche einfach jeden Tag Gas zu geben. Einfach für mich im Rhythmus zu bleiben und so fit wie möglich zu bleiben. Und in einer Woche darf ich wieder spielen. Und da muss man schon fit bleiben und fit sein. Während du zugesehen hast, hat die Mannschaft in Ingolstadt gewonnen, in Hannover gewonnen. Gegen Gladbach wollen wir nicht drüber reden. Wie schwer fällt dir das, auf der Tribüne zu sitzen und zuzugucken? Ja, es ist sicherlich schwer. Auf der Tribüne, wenn man sitzt, sieht man die Dinge anders und würde man vielleicht anders machen. Oder man überlegt, wie einfach das ist, von oben zu gucken. Aber eigentlich ist man am liebsten auf dem Platz und spielt einfach mit. Und macht selbst die Tore am Ende oder den entscheidenden Pass. Und dein Sturmkollege Salomon Kalou macht gegen Hannover drei Tore. Der Wahnsinn, oder? Ja, super. Also ich habe das Spiel gesehen und Salomon hat überragend gespielt, aber auch die ganze Mannschaft, muss man einfach sagen. Der hat die Dinge gemacht und das war entscheidend für uns. Aber insgesamt hat die Mannschaft einfach ein super Spiel gemacht und einfach verdient gewonnen. Wie groß ist der Konkurrenzkampf im Team, also im Sturm jetzt beispielsweise? Ja, ich meine, Konkurrenzkampf ist immer da. Jeder will einfach spielen und bringt einfach seine beste Leistung. Und das ist einfach nur für die Mannschaft gut. Und ich denke, dass wir alle profitieren davon, wenn wir eine super Saison spielen. Und einfach so sehe ich das einfach, dass wir alle für ein Ziel sein müssen. Also wenn jeder Stürmer seine beste Leistung bringt, profitiert nur die Truppe davon. Und wenn wir am Ende dann noch oben stehen in der Tabelle, so hoch wie möglich, dann profitieren wir alle davon. Ja, man hat den Eindruck, dass die Mannschaft das auch lebt. Dass da nicht, wenn man auf den Platz geht, elf Egoisten stehen, sondern dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist. Das ist schon was in der Bundesliga. In der Bundesliga sind viele Mannschaften mit Qualität, sage ich mal, nah beieinander. Kleine Sachen, Kleinigkeiten entscheiden. Und ich denke, das ist eine Kleinigkeit, würde ich sagen, die sehr wichtig ist. Diese Atmosphäre, wie die Jungs miteinander umgehen und das kann ein paar Plätze in der Tabelle entscheidend sein. Wir haben das Interview aufgezeichnet vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Deswegen darf ich jetzt einfach mal den Vedat fragen und ihr könnt insofern wissen und ahnen, ob er recht hat oder nicht. Wie geht das Spiel aus? Ja, es wird sicherlich kein einfacher Spiel, aber ich bin davon überzeugt, dass unsere Mannschaft mit Selbstvertrauen, wie wir jetzt haben, das Spiel gewinnt. Es wird nicht einfach sein, weil ich glaube, für Hoffenheim ist das ein sehr wichtiges Spiel. Es geht um vieles für die und die werden einfach mit allem, was sie haben, verteidigen. Deswegen denke ich mal, dass es für uns 2-1 oder 1-0 ausgeht. Du hast in Hoffenheim gespielt. Hoffenheim ist, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, nicht gerade der beliebteste Verein der Bundesliga. Wie geht man als Spieler damit um? Ja gut, damals waren es schon andere Zeiten. Es war fast der Beginn dieser Hoffenheim-Ära. Eine Zeit lang waren wir sympathisch und eine sympathische Mannschaft und Verein. Aber das hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Ich glaube, die Spieler, die da spielen, versuchen einfach, das Beste zu machen auf dem Platz. Und alles andere bekommt man zwar mit, aber es spielt weniger eine Rolle. Blendet man sowas aus? Also bei Auswärtsfahrten zum Beispiel, blendet man das komplett aus oder stachelt einen das quasi nochmal richtig an, so nach dem Motto, wenn ihr so gegen uns brüllt, dann legen wir nochmal einen Zahn zu? Ja, ich meine, jeder verarbeitet das anders. Klar, vielleicht die jüngeren Spieler überlegen darüber mehr oder denken ein bisschen mehr nach. Aber ich glaube, grundsätzlich ist da immer viel zu tun auf dem Platz. Und da ist kaum Zeit und Platz, sich über andere Dinge nachzudenken. Ihr wart enorm erfolgreich, gerade in der ersten Halbserie. 18 Tore hast du gemacht. Dann kam deine schwere Verletzung. Wie denkst du zurück an diese Zeit? Jetzt nicht unbedingt die Verletzung, jetzt nicht in den Mittelpunkt gerückt, ne? Aber überhaupt, ihr wart eine junge, wilde Truppe. Ja, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft, einfach viel Qualität in der Mannschaft. Und wir waren alle sehr froh und überglücklich, einfach in der Bundesliga mitzuspielen. Und natürlich haben wir auch als Truppe sehr gut funktioniert, auf dem Platz und außerhalb. Das hat man auch gemerkt. Und wir haben einfach wirklich jeden Tag daran Spaß gehabt, zusammen zu spielen. Und dabei kam diese unglaubliche In-Serie aus. Das ist quasi zum zweiten Mal, dass wir in dem Gespräch feststellen, dass wenn eine Mannschaft gut funktioniert, wenn die Jungs gut miteinander können, dass das natürlich eine ganze Menge ausmacht, auch für den Erfolg. Ja klar, das ist einfach sehr wichtig. Aber es ist auf der anderen Seite auch sehr schwer, sowas hinzukriegen. Weil da sind schon fast 30 Leute, die miteinander sehr gut klar kommen müssen, damit das Ganze klappt. Aber ich glaube, im Endeffekt ist das auch so, wenn man erfolgreich spielt und wenn man Spiele gewinnt, dann ist das ein Stück auch einfacher. Wir haben es eingangs gesagt, du kommst aus Bosnien-Herzegowina. Du bist mit deiner Familie geflohen, über die Schweiz, Amerika, dann nach Deutschland gekommen. Zwischendrin nochmal, soweit ich weiß, in Frankreich gewesen. Wie ist deine Erinnerung an die Kindheit, den Krieg, die Flucht? Ja, ich habe einiges mitbekommen. Also ich kann mich fast an alles erinnern. Und einerseits bin ich sehr froh, dass ich sowas erleben durfte, weil es hat mich einfach unglaublich reifer und stärker gemacht für mein weiteres Leben. Und auf der anderen Seite waren das teilweise wirklich keine schönen Zeiten, wo es einfach für mich und für meine ganze Familie einfach schwer war. Aber wie gesagt, ich bin einfach darüber auch froh, so eine Erfahrung gemacht zu haben. Das hat mir viel, viel gebracht. Das hat mir einfach stärker, stärker gemacht. Also macht es einen zielstrebiger vielleicht auch? Ja, auch. Obwohl ich muss sagen, man muss sich finden. Man muss einfach irgendwann mal entscheiden, was man im Leben will. Und diesem Ziel zu folgen, braucht man schon Motivation und alles. Und deswegen hat es mir schon in diesem Sinne auch geholfen. Deutschland erlebt natürlich in diesen Wochen einen unglaublichen Zustrom von Flüchtlingen. Wie erlebst du das? Ja, ich meine, ich bekomme das ja auch mit. Und das ist so eine Sache, wo ich mit den Leuten auch Mitgefühl habe. Ich kann die zu 100 Prozent verstehen, weil ich ja auch in so einer Situation war im Leben. Die können fast nichts dafür, dass sie ihr eigenes Land verlassen müssen. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass es für Deutschland und für die Länder, die die Leute aufnehmen wollen, gar nicht so einfach ist, einfach so viele Leute aufzunehmen. Ich denke, das ist eine schwierige Situation oder ein schwieriges Thema für alle. Aber hoffentlich wird man da eine sehr gute Lösung oder die beste Lösung für alle finden. Du hast es selbst erlebt. Deswegen eine Frage. Wie geht man mit so einer Situation um? Also wie hilft man am besten den Flüchtlingen? Gibt es da einen Tipp? Gibt es da eine Lösung, einen Ratschlag? Ja, es ist grundsätzlich schwer, eine genaue Diagnose zu finden. Ich denke einfach, das Beste, was man machen kann, ist den Leuten ein Gefühl zu geben, dass sie einfach nicht gehasst werden. Dass sie einfach zur Zeit da willkommen sind und dass sie einfach eine zweite Chance im Leben bekommen sollen. Und dass sie einfach da selbst zurecht finden sollen oder dass es einfach eine kleine Bereitschaft ist, den Leuten zu helfen. Gerade der Sport verbindet. Inwiefern hat dir damals der Sport oder der Fußball geholfen? Fußball war für mich alles, würde ich sagen. Das hat mir immer geholfen. Das hat mich immer mit den anderen Leuten verbunden. Wer weiß, vielleicht ist gerade ein junger Vedat Ibisevic in der Stadt angekommen, der in 10, 15 Jahren hier für Hertha kickt. Das wäre was, ne? Ja, klar. Das ist möglich. Jetzt mal Szenenwechsel. Hertha BSC. 20 Punkte, 12 Spieltage. Enorm stark. Gibt es das Geheimnis des Erfolges? Nein. Na gut, wenn es ein Geheimnis wäre, dann würde man sich verraten. Das wäre ja kein Geheimnis mehr. Nein, ich glaube, es ist schwer zu sagen, dass es an einer Sache liegt. Ich glaube, dass wir einfach alle, Trainerstab und die Spieler, einfach zusammen gut klarkommen. Wir wollen so erfolgreich wie möglich Fußball spielen. Im Moment klappt das sehr gut. Man muss auch dazu sagen, wir haben uns gut entwickelt. Also am Anfang war es auch nicht so. Wir haben auch jetzt nicht jedes Spiel absolut überall gespielt. Es ist immer besser geworden und deswegen, ich glaube, da ist noch Potenzial oder Luft nach oben. Aber wir müssen auch aufpassen, dass es nicht zu schlechtere Zeiten kommt. Du hast selber vier Tore schon gemacht. Was läuft in Berlin für dich besser als zuletzt beim VfB? Ja, ich glaube, die Situation zuletzt beim VfB war überhaupt nicht schön für mich. Ich habe einfach gar keine Chance mehr bekommen zu spielen und bei Hertha ist das einfach anders gewesen. Ich bin hierher gekommen und die Mannschaft hat mir gleich geholfen, der Trainer hat mir gleich geholfen. Ich habe gleich die Möglichkeit bekommen zu spielen. Ich bin auch schnell in Spielrhythmus gekommen und ich habe nie gezweifelt an mich, dass ich Tore schießen kann. Zum Glück habe ich die ersten Tore für Hertha gemacht. Das hat mir auch eine neue Selbstwertung angegeben. Gibt es die Sorge, dass so diese Zwangspause, du hast gesagt, du hast Pokal gespielt, hast auch EM-Qualifikation gespielt, aber dass diese Zwangspause so ein bisschen deinen Lauf, den positiven Lauf gestoppt hat oder unterbrochen hat? Ja, es kann gut sein. Das ist aber gleichzeitig für mich eine neue Herausforderung, eine neue Motivation, das zu ändern. Es wird sicherlich wieder nicht einfach sein, den Rhythmus zu finden. Ich werde sicherlich ein paar Spiele brauchen, aber das ist Fußball, das ist, woran man einfach arbeiten muss. Und ich werde einfach gucken, dass ich so schnell wie möglich an die alte Stärke oder in die alte Form finde. Was macht Paul Dardai gut? Ja, der macht einiges gut. Ich glaube, der geht gut mit den Jungs um. Das ist sehr wichtig, dass man auch ein gutes Gefühl hat, obwohl man auch vielleicht im Moment nicht spielt oder eine weniger wichtige Rolle in der Mannschaft spielt. Ich glaube, das ist wichtig und hat einfach einen klaren Plan für die Mannschaft. Wir schauen uns natürlich immer den Gegner sehr gut um, wissen, was sie können und was die Stärken von denen sind, was sie schwächen. Also eine sehr gute Analyse und ich glaube, das ist einfach insgesamt ein sehr guter Job, den der Trainer macht. Er ist ein junger Trainer, hat vor kurzer Zeit, so lange ist das nicht her, selber noch gekickt. Wie viele Spieler steckt noch im Trainer? Ja, das ist auch eine Seite, die ist sehr wichtig, weil als Spieler hat man das Gefühl, dass der uns zu 100 Prozent versteht, weil der ja vor kurzem auch in unseren Schuhen war. Und das ist auch eine Seite, die ich sehr wichtig finde. Und ja, immer mal wieder versucht er im Training auch mitzumachen. Da sieht man schon, dass der noch vor kurzem gespielt hat. Er hat noch das Auge. Vielleicht die Schnelligkeit nicht mehr? Ja, das Auge, sage ich mal so. Nicht zu viel sagen, sonst möchte er demnächst wieder spielen. Das Zusammenspiel mit Salomon Kalou, da will ich noch eine Frage zu loswerden. Das läuft, das lief ganz schnell richtig gut. Gibt es da irgendwie einen Grund für? Weil es ist ja nicht automatisch so, dass man vorne einen Sturmkollegen hat, wo man sagt, das läuft und zwar sehr schnell. Ja, grundsätzlich ist es so, wenn man einen sehr guten Fußballer neben sich hat, der auch eine überragende Karriere gemacht hat, dann ist vieles einfacher für mich. Und da findet man schnell eine Verbindung. Und natürlich, ich spreche ja ein bisschen Französisch von meinen Zeiten aus Frankreich. Das ist auch, glaube ich, wichtig gewesen, dass wir uns einfach auch so verstehen, auch neben den Platz können, über verschiedene andere Sachen reden. Und das hilft natürlich dann gleich auf dem Platz. Und trotzdem müssen Stürmer egoistisch sein? Ja, klar. So ist das einfach. Jeder Stürmer muss Tore schießen wollen. Natürlich gibt es einfach ganz klare Situationen, wo man auch abspielen muss. Aber grundsätzlich ist das einfach in Ordnung für jeden Stürmer, die Tore schießen zu wollen. Der Grad ist manchmal schmal zwischen dem Teamplayer und dem Egoisten, der das Spiel macht. Da braucht man auch Erfahrung zu? Auf jeden Fall. Erfahrung ist ganz wichtig. Aber wie gesagt, wir Stürmer leben davon, von diesem Selbstvertrauen die Tore zu schießen. Und am Ende des Tages profitiert ja auch die ganze Mannschaft davon. Wir sitzen im Berlin-Olympiastadion. Hinter uns alles leer zurzeit. Was ist das für ein Gefühl, vor der Ostkurve ein Tor zu bejubeln? Ja, es ist ein super Gefühl. Also ich habe das Glück gehabt, mein erstes Tor hier in diesem Stadion zu machen. Und gleich auch vor unserer Kurve. Das war einfach ein unglaubliches Gefühl. Da habe ich mir schon gedacht und schon gesagt, dass ich es alles richtig gemacht habe, nach Berlin zu kommen. Reden wir über das Ende der Sperre. Nächste Woche dann und dann gegen den FC Bayern. Es gibt leichtere Spiele, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber für mich ist es einfach wichtig, dass die Spiele zu Ende geht und dass man dann wieder endlich spielen darf. Obwohl es dann gegen Bayern geht, ist völlig egal für mich. Es ist sicherlich der schwerste Gegner, den man überhaupt haben kann in der Bundesliga. Aber ich bin einfach auch ein Typ, der solche Herausforderungen gerne annimmt und bin mal gespannt. Nur bist du nicht der Trainer, aber auch als Spieler macht man sich ja so im Kopf. Wie spielt man am besten gegen die Bayern? Ja, das hat man noch nicht erfunden, denke ich mal. Sicherlich gibt es da ein paar Möglichkeiten, wie man gegen die spielen konnte. Aber grundsätzlich muss man einfach auch einen sehr guten Tag erwischen, auch Glück haben und hoffen, dass die Bayern nicht ihren besten Tag haben. Dann kann es auch klappen. Aber wie gesagt, das ist eine der besten Mannschaften der Welt. Es muss sicherlich auch Spaß machen und sehr interessant für uns sein, sich mit solchen Mannschaften zu messen. Machen Sie die Bundesliga ein bisschen langweiliger, weil Sie so erfolgreich sind, der Rekordmeister? Es kann sein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe erwartet, dass ein, zwei Mannschaften, vielleicht Dortmund oder Wolfsburg, die noch mehr unter Druck setzen, noch mehr Konkurrenz für die bringen. Aber die haben wieder gezeigt, dass die einfach die Besten sind in der Bundesliga. Hast du dir den 21. Mai schon im Kalender groß angestrichen und ein Ausrufezeichen dahinter gemacht? Ähm, noch nicht. Pokalendspiel, Berliner Olympiastadion, ein Traum des Trainers, ein Traum aller Fans, da endlich mal dabei zu sein. Das wäre was, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das Glück, dass ich mit der VHP Stuttgart einmal dabei war. Und das ist sicherlich eine Sache, die zu Recht ein Traum ist für die Trainer und für unsere Fans. Deswegen müssen wir mit diesem Thema einfach vorsichtig umgehen. Wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Gegner, die jetzt vor der Brust stehen, einfach schlagen. Dass wir einfach Schritt für Schritt weiterkommen. Und hoffentlich klappt das auch mit dem Final. Und ein bisschen Losglück gehört dann auch noch dazu? Ja, klar. Das ist einfach so. Wir hatten damals auch mit Stuttgart dreimal sogar Losglück, dass wir immer zu Hause gespielt haben. Und ein bisschen einfacher Gegner. Aber wenn man diesen Traum erfüllen will, dann muss man auch bereit sein, auch schwierigere Gegner zu schlagen. Das Interview des Monats mit Wiedert Iwisevic. Vielen herzlichen Dank und ich glaube, es hat gar nicht weh getan, oder? Überhaupt nicht. Dann würde ich euch noch eine gute Woche. Bleibt sportlich. Hauen! See you soon.